Langen bei Bregenz hat eine neue Kapelle, feierlich eingeweiht von Bischof Benno Elbs höchstpersönlich. Die privat erbaute Heilandskapelle hat eine ganz spezielle Entstehungsgeschichte und auch besondere Fenster. Die Bleiverglasungen stammen von Vorarlberger Lehrlingen. Im Mai 2013 hatte Anton Fink eine lebensgefährliche Hirnblutung, die eine sofortige Operation notwendig machte. Und während er auf seine OP wartete und betete, kam ihm die Idee, zu Ehren des Heilands eine Kapelle zu errichten. Dann habe ich einfach einmal rauf, so wie es am Herr geht, einfach einmal einen Draht genommen und habe gesehen, wenn ich wirklich wieder auf die Füße komme, dass es gut ist, dann baue ich eine Kapelle. Und ja, jetzt letztes Jahr, also Ende Juli, haben wir angefangen. Eine Besonderheit der Heilandskapelle sind die Bleiglasfenster, die im Zuge eines Lehrlingsprojektes der Firma Glas Marte entstanden sind. 16 Lehrlinge haben ihre Entwürfe eingereicht und dem Kapellenbauer präsentiert. Das Siegerprojekt von Lisa Wagner aus Dornbirn haben schließlich die Lehrlinge gemeinsam umgesetzt. Der Herr Fink hat gesehen, er will natürliche Farben dünnen haben. Und durch die Geschichte von Herrn Fink bin ich inspiriert, war er zum Taubenmacher. Taube ist ja das Symbol für Freiheit und der Kelch ist das ewige Leben, weil er ja die Operation überlebt hat. Und Wasser ist auch dünner zum Seher für Natur und halt natürlich naturbezogen. Die Heilandskapelle wurde von Bischof Benno Elbs persönlich im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes eingeweiht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017